Wenn Wasser durch ein Rohr strömt, hängt die Geschwindigkeit der Strömung ab von der Durchmesser des Rohres. An einer engen Stelle fließt das Wasser besonders schnell. Wir wollen ausrechnen, mit welcher Geschwindigkeit Wasser aus einer Düse herausspritzt. Hallo und willkommen zu Basiswissen Physik. Unser Thema heute ideale Strömung, also Strömung eines inkompressiblen Fluids. Eine Wasserstrahlpumpe nutzt den eben erwähnten Effekt der hohen Düsengeschwindigkeit zur Erzeugung eines Vakuums. In einer Wasserstrahlpumpe fließt Wasser aus einem Hahn durch ein Rohr mit 1 cm Innendurchmesser, das in einer Düse mit 2 mm Innendurchmesser endet. Der Druck am Hahn beträgt 1 bar, der Druck hinter der Düse 0,5 bar. Mit welcher Geschwindigkeit tritt das Wasser aus der Düse aus? Die Strömung von idealen Fluiden kann mit zwei Gleichungen beschrieben werden. Der Kontinuitätsgleichung und der Bernoulli-Gleichung. Die Kontinuitätsgleichung quantifiziert den Zusammenhang zwischen Strömungsquerschnitt a und Strömungsgeschwindigkeit v. a mal v ist konstant. In unserem Beispiel verkleinert sich der Durchmesser um den Faktor 5. Das bedeutet die Fläche um den Faktor 25. Die Geschwindigkeit in der Düse muss 25 mal so groß sein wie die Geschwindigkeit im Rohr. Die Drücke in der Düse und im Rohr werden durch die Bernoulli-Gleichung beschrieben. Diese kann aus dem Energieerhaltungssatz abgeleitet werden und sie liefert für die Druckdifferenz zwischen Düse und Rohr die Beziehung Roh halbe V2² minus V1². Weder V1 noch V2 sind in unserer Aufgabe bekannt, aber wir haben jetzt zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten, nämlich die Bernoullische Gleichung und die Kontinuitätsgleichung. Wir setzen die Kontinuitätsgleichung in die Bernoulli-Gleichung ein, 50.000 Pa Druckdifferenz, 1000 kg pro m³ als Dichte von Wasser und erhalten für die Strömungsgeschwindigkeit im Rohr einen Wert von 0,4 m pro Sekunde. Die Strömungsgeschwindigkeit in der Düse ist nach der Kontinuitätsgleichung 25 mal so groß, also 10 m pro Sekunde. Wir haben hier einen Effekt quantifiziert, den Sie auch aus dem Alltag kennen. Auch bei einem Gartenschlauch gilt, je kleiner die Ausrüstsöffnung, desto größer die Ausrüstsgeschwindigkeit, desto weiter spritzt das Wasser. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.